das gebäude ist abgeriegelt wir machen machen sie wartungsarbeiten vielleicht sind sie so reingekommen es könnte noch ein zugang geben machen jetzt eine nebenquest weil ich bin mal so frei ja wir machen den kürzer wir zu underground sind mit dem level dachte ich dachte komm was die nebenquest mit weil die hauptquest ist jetzt ab 13 und wir sind gerade mal 10 sind gerade mal zehn jahre alt glockenturm ich bin in den starlabs ich halte dich auf dem laufenden bewegt ich die wissenschaftler stecken in schwierigkeiten ich wünschte nur wir hätten mehr zeit ich schwör es nicht schlaf schön Sicherheitssystem ist noch in Betrieb. Die Regulators haben das System gehackt, um alle anzugreifen, die nicht ihre Ausrüstung tragen. Heißt, sie haben dich auch im Visier. Vorsicht! Die stehlen eine Menge Daten von den Servern. Was ist mit ihnen? Wo ist die Hatte? Die Gehörten ist hierher! Macht dich bereit! Die Gehörten sind hierher. Die Gehörten sind hierher. Kühlschächter, das sollte gehen. Die Gehörten sind hierher. Sie kühlen die Server. Wir saugen so viele Daten, dass alles überhitzt. Die Gehörten sind hierher. 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 Da ist der Sicherheitsraum. Darin kann ich herausfinden, wer ihr Kunde ist. Hey, wir haben alle einen Job und du sollst die Kameras übermachen. Das sind nicht meine Regeln. Lichter aus. Erhol dich gut. Das ist nicht gut! Du musstest es dir ja schwer machen. Du musstest es dir ja schwer machen. Du musstest die Ruhe machen. Du musstest es dir nicht? Der формal ist ja. Mist, Freeze ist hier. Dann hat er also die Regulators angeheuert. Verdammt, du musst sie aufhalten, bevor sie bekommen, was sie wollen. Das ist keine Reaktion. Aber ich geh nicht die vielen Treppen runter, nur um sie beim Fennstil. Ah! Ah! Ich bin dran. Und? Machen wir die Wissenschaftler Tat, wenn der Kunde mit ihnen fertig ist? Weiß nicht. Das ist deine Entscheidung. Wenn wir das für ihn machen sollen, dann muss er was extra springen lassen. Ich werde alles geben! Freeze ist definitiv hier langgekommen. Zumindest lässt er sich leicht aufspüren. Hier ist überall Kryogel. Sein Anzug muss ein Leck haben. Diese Menschen haben das nicht verdient. Hey Nerds! Seht mal mein neues Spielzeug! Ich präsentiere mein Täumchen und das wunderbare Pin-Pin. Mit diesen Drohnen beginnt die neue Ära der ferngesteuerten Schmerzen. Wenn bei Freeze eine Spur kalt wird, kann es nur gut sein. Hinterher! Ich muss zugeben, seit Freeze zurück ist, haben wir ein paar tolle Treffer gelandet. Das neue Spielzeug ist auch ganz nett. Das stimmt. Kein kaputtes Zeug mehr für uns. Das ist nur für die Täumchen. Das ist nur für die Täumchen. Das ist nur für die Täumchen. Das war eine Anzahl für das, was wir wollen. Das ist nur für die Täumchen. Was ist denn schlecht? Das tut immer gern nach, bei mir. Ich bin so nett und bleib... Keine Ahnung... Bleib gocken fern! Gegen Frees Anzug hatte hier nichts eine Chance. Keine Ahnung... Was war das? Dann ab zu Freeze. Freeze ist wahrscheinlich irgendwo über ihnen. Nimm alles mit, was mit dem Asset zu tun hat, dass uns das Sigma-Team... Du willst Tage hin! Du bist ganz sicher, was du tust? Das ist ein Starling. Na, was machst du? Wunderbar! Sonst haben wir gleich ein paar Jahre dringend gesehen. Wir sind hier. Dann aber auch noch mehr. Auf geht's? Wunderbar. Zwergen! Wunderbar! Wunderbar! Ja, jetzt bis zum nächsten Mal, Erwund, erwund, erwund! Ich wusste, einer seiner Schützlinge würde auftauchen. Sorry, Freeze. Deine Schläger werden diese Zwergsternlegierung nicht kriegen. Was meine Mitarbeiter treiben, geht mich nichts an. Ich habe, was ich wollte. Worum geht es dann hier? Was bringt es, all diese Menschen zu töten? Meine Zeit ist kostbar. Ich werde sie nicht weiter mit Regen verschwinden. Halonanlage gefährdet. Räumen Sie das Gebiet. Uns geht die Luft aus. Hilfe! Nutzen Sie die Railgun! Erst schalte ich die Regulators aus, dann befreie ich die Wissenschaftler. Das Erbo ist versperrt. Ich muss da irgendwie durch. Ob ich die Railgun anders positionieren kann? Du bist der Bock aus. Wollt, du bist der Wasser nicht aufgerufen. Du bist der Wasser. Eine Maske! 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 Blut auseinander! Ich mag ja was du! Dieses Ding sollte genug Kraft haben, um die Tür aufzusprengen. Okay, ziehen wir's durch. Lass mich noch aufgeben. Soll es uns mal die Tür aufgeben. Oh, ich muss sie nichtunciern. Okay, ich fange. Ich werde da. Es ist nicht so, dass sie wieder. Das sind die Tür. Ja, ich nehme das. Das war's für heute. Voila! Oh! Don't forget him, Father! Ah! Whoa! Ah! Ugh! This way, who has been? Oh my god! Warnung. Sicherheitsparameter gefährdet. Ist so gewollt. Sie kommen von Batman, ja? Wie schön. Gott sei Dank sind Sie rechtzeitig gekommen. Jetzt sind wir hier. Er hat unser Kröge geklaut. Das reicht, um Gothams Wärmeenergie abzuleiten. Und zwar mehr als einmal. Und die ganze Stadt einzufrieren. Wir kümmern uns um Freeze. Bleiben Sie hier, bis das GCPD kommt und erzählen Sie, was los war. Mach ich. Nochmals. Vielen Dank. Oh Gott. Ah, das ist Bett. Ah. 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 Das ist schon gut. Batman führt uns nicht grundlos hierher. Batgirl bestätigt. Identität bestätigt. Position am AR-Gerät gesendet. Hey Alfred, hat Bruce je davon gesprochen, Vorräte in der Stadt zu verstecken? Wir haben ein Lager gefunden. Es waren ein paar nützliche Sachen darin. Master Bruce hat immer gerne einen Plan B. Die Vorräte in diesen Fächern haben ihm des öfteren langen Wege zurück zur Betthöhle erspart. Wenn Sie sich genauer umsehen, finden Sie in Gotham sicher noch ähnliche Lager. Praktisch. Mal sehen, ob ich die anderen finde. Miss God, schön Sie zu sehen. Wir müssen das Kryo-Gel finden. Und Freeze ausschalten. Die Mord am Forscher. War reine Bosheit. Er meint, es sei Batmans Schuld. Bruce hat ihm ein Heilmittel versprochen. Und im Gegenzug sollte Freeze sich benehmen. Aber jetzt, wo Bruce weg ist, ist er wieder im Spiel. Was hast du, Tim? Dem Diebesgut nach will er wohl seinen Exo-Anzug aufrüsten. Und das ist nur der Anfang. Er hat auch Daten lokaler Wetterbalance der letzten zehn Jahre heruntergeladen. Gehen wir wieder raus und halten Freeze auf, bevor ihr noch mehr tötet. Ruhig, Tiger. Wir kriegen ihn. Vielleicht ist das genug Training für heute. Der Batcomputer überwacht die Stadt jetzt auf hohe Konzentrationen von Kryo-Gel. Wir sollten auch Freeze Lakaien beobachten. Was leicht sein dürfte, da sie ja alle im Besitz von Kryo-Waffen sind. So Leute, es geht hier weiter mit Gossam Night. Ich bin leichter Cated. Wurde euch also nicht. Wenn ich mal auch reussbar. Äh, wir haben folgendes. Äh, wo sind wir denn jetzt? Hier, ne? Ah, ne, warte. Das habe ich jetzt frei gemacht. Stimmt. Achso, ein Glockenturm. Okay. Äh. Glockenturm. Glockenturm. Alles klar. Dann, ah ja, ich habe auch was gemacht. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Äh. Befug. Kein tut der Stadt keinen Gefallen. Die Lage zwischen dem Rat und der Liga ist so schon angespannt, auch ohne Bullen. Unsere Nächte werden wobei deutlich komplizierter. Äh. Ah, hier. Okay. Ist der Job erledigt? Noch nicht. Wir haben sich wohl etwas gewehrt. Befug. Ja. Was macht ihr denn mit uns? Dann wird schon bezahlen. Viele Nacht. Ja, klar. Ich glaube, wir will. Ach nee. Wir haben sich wohl etwas gewehrt. Befug. Du mit Leuten umgehst, ihnen helfen? Was macht ihr denn mit uns? Bezahlen, hoffe ich. Jetzt aber Licht aus. Aus.